Und es wurde sich tatsächlich richtig häufig etwas überraschend Kaiserslautern sogar gewünscht, deshalb kommt jetzt, wie schneidet Kaiserslautern in den anderen Top-Ligen ab, beziehungsweise deren 2. Liga. In der 2. Bundesliga konnten sie den 11. Platz belegen, im Pokal war leider schon in Runde 1 gegen Regensburg Schluss. In der englischen 2. Liga konnte Lautern leider nicht den Abstieg verhindern, 22. Platz war das Endergebnis und in den Pokalen ist man auch direkt rausgeflogen. In der französischen 2. Liga konnte man den 12. Platz belegen, es war auch noch gut Abstand zu den Aufstiegsplätzen, im Pokal war auch diesmal schon direkt in Runde 1 Schluss. In der spanischen 2. Liga konnte man den Klassenhalt schaffen, man ist auf dem 18. Platz am Ende gelandet, aber im Pokal war man wieder bodenlos und hat direkt sofort verschissen. Lasst ein Abo da und schreibt in die Kommentare einmal, was ihr glaubt, wie Kaiserslautern in der 2. Liga abschneiden wird nächste Saison und welchen Verein wir als nächstes machen sollen.